Am 7.04.2017 ist es wieder soweit, das nächste FIBO-Power-Symposium. Wir gehen in die achte Runde. Mit dabei sind Frau Dr. Martina Olesch, Herr Dr. Thorsten Albers, der Ernährungsmediziner Nils Schulz-Rutenberg, der Bild-by-Science-Entwickler bzw. Gründer Philipp Rauscher und ich, Andrea Scholz, der FICO-Macher. Das Thema wird sein, statt Stoffwechsel 1x1. Das ist ein sehr weites Thema, ein sehr interessantes Thema. Ihr habt die Möglichkeit, stellt uns Fragen, die wir gerne für euch dann beantworten werden, zum Thema Stoffwechsel. Ihr habt zwei Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Die eine Möglichkeit ist, wenn ihr schon eine Fachbesucherkarte habt für den Freitag, also ganz wichtig, am Freitag brauchst du eine Fachbesucherlegimitation, um auf die FIBO, um auf das Messegelände zu kommen. Unser Raum wird, der ist noch nicht bekannt gegeben, aber der wird auf der FIBO, also auf dem Messegelände sein. Das heißt, bedeutet, das bedeutet, du brauchst auf jeden Fall eine FIBO-Eintrittskarte für die Messe. Um dann bei uns reinzukommen in unser Symposium, musst du natürlich eine Symposiumskarte haben. Die kostet zwischen 10 und 25 Euro. Das kommt darauf an, wann du buchst, wann du dich entscheidest, daran teilzunehmen. Im Dezember noch 10 Euro und dann später bis ab März dann 25 Euro. Die zweite Möglichkeit ist, daran teilzunehmen, wenn du keine Fachbesucherlegimitation hast, dann wirst du automatisch Fachbesucher, wenn du es bei uns aushältst. Wenn du es aushältst, in unserem Symposium dabei zu sein, dann kaufst du dir die zweite Option. Du kaufst dir einmal eine Fachbesucherkarte für 34 Euro plus halt das Eventgebühr, je nachdem, wann du buchst zwischen 10 und 25 Euro extra. Ich hoffe, das hast du soweit verstanden. Vielleicht noch mal ganz kurz, nur durch den Kauf des Event-Tickets, um bei uns reinzukommen in das Symposium, hast du noch nicht die Berechtigung, auf das Messegelände zu kommen. Das bedeutet, du brauchst eine Karte fürs Messegelände. Das macht natürlich Sinn für die Leute, die vielleicht keine Fachbesucherlegimitation haben. Die kommen dadurch auch am Freitag auf die Messe. Wir fangen um 13 Uhr an, das geht bis 15 Uhr. Aber das wird ein Feuerwerk, ein Stoffwechsel-Feuerwerk. Jeder Redner hat maximal 20 Minuten Zeit und wird die besten Tipps rausknallen bzw. eure Fragen beantworten. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns spätestens am 7.4., aber bestimmt noch mal vorher irgendwo. Bis dahin, schöne Zeit, euer Andreas Scholz. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020